Herzlich Willkommen zu Nid... NidSplay... Zeit... Ich wollte alleine sagen, aber ich kann... Es geht weiter... Ich muss es brauchen... Wir könnten... Wir suchen... Berichte... Komm ich noch hin... Meine Stimme ist auch nicht mehr selbst weg... Momentchen warten, dass er keinen Laden wird... Ich bin so glücklich, dass du mit uns bist... Wir werden damit in keinem Zeitraum... Ich bin so glücklich, dass wir in den alten Karten... Sie müssen nach der West Wing... Bek Insurance... Kutieren alle Z-C-Kreaturen, die du findest, mit links zu finden... Was ist das? When we ran into this Nyad, we had to fall back. It's too strong for our crew. Only in a portal can handle her. Extreme caution recommended. I don't know how to do this, but I don't know how to do this, but I don't know how to do this. So, wenn er ein bisschen übergasiert springt, dann kann er ein bisschen übergasieren. Das war's. Switching to combat mode. Analyzing system components, efficiency one hundred percent. Evasive maneuver failed. This is a great game. It's a great game. I don't know. It's a great game. I'm in the game. I'm in the game. I'm in the game. Ich habe das Gefühl, ich würde mal ganz schön springen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie sind fast da. Geh in den Tempel. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. So, we have to go. Oh, we're going to go. Let's go. I can't. No, no, no. No, 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 no. I just need to go. Das ist der Main-Klutch. Deine Aufgabe ist es zu eliminieren. Wir können den Rest machen. Probability of Victory decreased. Das ist der Main-Klutch. Wir müssen die Schmutzung weiterentwickeln. Dangerous, enemy neutralized. We have the dwarfs. Quest complete. Compiling status report. Yes, Archive contains information about the Guardians. Liartiz is the only one who refused, but why? We'll go back. I haven't a clue what to do. I can't do anything, but I can't do anything. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Do you want to congratulate me? That wasn't my doing. The Gravedigger surrendered. It doesn't matter. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. We received a message that the local god Nerion has joined the invaders. It matters little. He will soon answer for his crimes. quest complete. Quest complete. Compiling status report. This is getting suspicious. I have no idea, but I'm not sure it would be wise to talk about it in the capital. but we've seen the course. Do you need to get sick? Do you need to connect with him? Do you want to get sick? Do you want to do that? Do you want to get sick? But he returns a little bit more. Das ist nochmal Das ist nochmal Das ist nochmal Das ist nochmal Ich schaue. Laertes hat sich auf ihn? Das muss man sein, dass er inocent ist. Das ist ein bisschen wunderschön. Ich habe mit Laertes gesprochen. Er war nicht ganz selbst. Aber er erinnert etwas. Er hat mir gesagt, dass eine strange Frau ihn in eine Trappe hat. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass es so viel von der Zeit, aber Iyana's Stubborn ist, mich zu spüren. Ich denke, es wäre sinnvoll, weiter unsere Investition zu machen, gegen Iyana's wishes, wenn es notwendig ist. Sie ist nicht unser Boss. Immortals sind unsere Begräu. Was hat sie gesagt, um den Glauben Lokal zu sagen? Ist es die gleiche Geschichte mit ihm? Entschuldigung, es ist nur, dass ich überhört deine letzte Frage, und es ist... Du sprachst über Nerion, richtig? Dann würde ich mich bitten, dass du mir helfen kannst. Du bist so sehr verehrte Defender. Ja, ja, es ist er. Natürlich, geht's. Ja, geht's. Okay. 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 What? Ich verstehe den Billen Schlanz. Und ich bin davon nicht sicherer. Das gab Videoikte Er경ste. Ich habe keinenckenen Frapp. Ich konnte dafür einen Tonnen Gut als sonstige. Ich entspruche dass er in den Reepern des Todes, um die Kraft Lincoln totale. Das ist beschriebeneishes. Ich möchte die Areyung filen. Spannend in den Landberg-Katakomben habe ich versucht, zu eavesdrop auf ein paar von den Mann-Tieden zu sprechen. Sie sprachen über eine Art Ritual, aber in der Zeit habe ich keine Ahnung, was sie bedeutet. Jetzt bin ich überzeugt, dass sie über was die Mann-Tieden benutzen, um die Nereon zu influenzieren. Es gibt eine Grund, dass er sie begonnen hat. Es scheint, dass viele der Flüchtlinge von Kiras berührt, dass sie den Mann-Tieden in der Stadt gesehen haben. Ich bin sicher, dass sie etwas über diesen Hiddeos-Ritual wissen muss. Ich meine, sie sprechen unsere Sprache. Ich bin sicher, dass du wahrscheinlich eine Art Ritual zu denken kannst, um sie zu sprechen. Quest-Data in den Archivien. Ich bin sicher, dass sie ein Keras sind. Sieht ja, der Keras sind in der Nachsparte. Sieht ja da, ich bin sicher, dass sie die I-Ve. Jetzt kommtipple. Ich habe noch keinen Punkt. There is a cache not far from you. I can tell you it's exact cordon, but why spoil the fun if you blindly searching for it? Destroy barrels to inflect damage and decline enemies. Why are the barrels with explosives in the peaceful city? This question is number 5 of the top alien search queries. There is a cache in the ground. There is also a cache in the ground. There is a cache to the ground. Das war's für heute. 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 Thank you. Try to save the others. Updates downloaded. Rebooting the system. Please wait. Damned Nerion and his man-tied allies. Nice. Nice. Bye. Bye. Das war's. Das war's. Your god Nerion has turned to our side now. Leave! Do not fight the inevitable! Liar! It was your god that came to us first. We had no choice but to obey. You would have done the same in our place. And slave? Nerion thinks in acts of his own free will. We give to him nothing but our faith. At least for now. It is not easy to turn an immortal. But very soon our great goddess will manifest here. Once she is powerful enough. And then Aelion will shudder in the throes of horror. Mission successfully completed. Mission successfully completed. Das war's. Das war's. Das war's.